Hallo und herzlich willkommen, alle meine kleinen Hyrulianer. Ich bin immer noch hier und habe immer noch keinen Plan, was ich jetzt hier tun soll, damit ich an den Geiern da vorne vorbeikomme. Die schmeißen hier jetzt schon zu einer geschlagenen Stunde Pfeile auf mich. Und ich gehe hier einfach auf und ab. Bin die Ruhe selbst. Lalalalalalalalalalalala. Kann ich... Moment mal, kann ich... ...irgendwas hier nehmen und den auf den Kopf fallen lassen? Nee. Kann ich die... Ich versuche mal das. Das hat auch nichts gebracht. Und die Pfeilen auch zu weichen ist ein bisschen zu riskant. Selber habe ich ja keine Pfeile mehr. Ich schieße zurück. Ich schieße zurück. Ich kann natürlich versuchen, sie zu umrunden. Ich glaube, das versuchen wir jetzt einfach mal. Weil die werden mich hier ja nicht treffen können, hoffe ich mal. So. Ja. Ja. Schön. Nun, weil der Arsch da oben unbedingt Alarm schlagen musste. So. Hehehe. Ja, kommt. Ich bin hier. Oh. Die ändern ihre Position. Die verteidigen die Brücke da ganz schön... ...gand schön stark. ...ark stark. Äh, ich... ...glaub, ich... ...wächst mal wieder die Waffe. Oh. Weißes Eis... Äh, äh... ...weißes Schleimchelee. Ekliger weißer Schleim... ...tropfen... ...tropfen. Wenn man nicht hinsieht, fühlt er sich in der Hand angenehm kühl an. Bei Erschütterung platzt er und verströmt eisige Kälte. Cool. Kann ich denn das auf die Gegner werfen? Ah, ich hätte natürlich meine Waffen nach vorne werfen können, huh? Okay. Aber dann wäre ich jetzt waffenlos. So. Wo sind wir hier? Ist das hier... Bin ich hier... ...richtig? Nein, ich glaube, da oben wäre ich dann... ...wahrscheinlich richtig. Hm. Wie komme ich denn hier hoch? Hallo? Hallo? Kann ich denn innen am Baum hochklettern? Nein. Link ist zu dick. Was war denn das jetzt? Oh. Hier ist auch noch einer. Wie komme ich denn jetzt bitteschön hier hoch? Ich würde gerne zu der Truhe hier oben hinkommen. Aber ich habe keine Ahnung. Von da oben runtergleiten kann es ja nicht sein. Von hier auch nicht. Ah, Moment. Moment. Oh Gott, bin ich doof. Hier. Jetzt aber. Haha. Rostiger Zweihänder. Brauche ich nicht. Das haben wir hier. Verrostet das Schwert. Brauche ich nicht. Bombenpfeil mal fünf. Ja. Mal schnell gucken. Kann ich die auch noch? Ne, Schatztruhe. Die habe ich schon fotografisiert. So. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Fotos. Das ist wahrscheinlich einer der längsten Quests überhaupt. Was ist das? Ist es, ist es das, was ich. Was ist denn das? Boah, da muss ich unbedingt hin. Es ist keine Wegmarkierung von mir, oder? Gucken wir mal schnell. Nein. Keine Wegmarkierung. So, wir gucken mal. Ich glaube, hier sollte eigentlich irgendwo das nächste Foto sein. Oder nicht? Ui, ha. Ui. Äh. Äh, ja, hier, komm. So, jetzt. Was ist das? Komm mal her. So. Oh, nein, halt. Au. 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 Ah, ah. Das ist, da war das was. Oh, hier. Bernstein. Komm mal her. So, dich werfe ich auf deinen Kompadre da drüben. Äh, ich wollte dich werfen. Ich wollte dich werfen. Ich wollte dich. Au. Ah, da, da. So, werfen. Also, gib doch. Oh, nein. Nicht schon wieder ein Hinox. Kleinen Moment. blauer Hinox. Blauer Hinox. Wieder ein Fettklumpen. Ich muss mir das Foto mal eben schnell angucken. Hier, das ist ein großer, zerzauster Baum. Mit einem kleinen Baum. Der Winkel vom Schloss stimmt wahrscheinlich auch noch nicht. Vor allem finde ich hier nirgends so einen Baum. Aber weiterhin gibt's noch mehr. Ah, Moment mal. Ein zerzauster Baum. Aha, das ist der. Der kann's aber nicht sein. Das kann man auch noch fotografieren. da drüben. Krass. So. ähm. Ja, sieht ja nicht danach aus. Aber es müsste eigentlich irgendwo sein. Oh, da hinten. Gewittert's. Gewittert's. Nein, ich seh's. Da vorne. Da vorne müsste es sein. Aber was zum... Das müsste eigentlich der Baum da vorne sein. Kann das... Kann das denn stimmen? Ja, ich glaub am ehesten. Ich suche jetzt erstmal die Fotos. Oh, schon wieder so ein fieser Blob. So. Hier will ich unbedingt mal einen Blick runterwerfen. Nur schade, hab ich keinen Blick dabei. So. Wo war jetzt nochmal der Baum? Also temperaturmäßig muss ich mir hier wahrscheinlich keine Sorgen machen. Oh Gott, schaffe ich mich nicht mehr rüber. Äh... So. So, na also geht doch. Na, ihr Pfirsichvögel. Komm da her. Ich muss unbedingt wieder eine andere Waffe haben. Das bringt so nix. Einhändler. Ja, hier kommt Leone und Schwert. Was ist denn das für eine abgefahrene Landschaft hier? So felsig und schön und... Kann ich hier hochklettern? Geht das? Ja, das sollte eigentlich funktionieren. Ja, das ist knapp. Aber es hat gereicht. So, muss ich hier irgendwie hochkommen. Äh... Für da rüber zu kommen. Wo ist denn der Baum jetzt schon wieder hin? Oh. Und jetzt regnet es auch noch. Toll. Sicht gleich wieder gleich null. Gleich wieder gleich null. Ah, da ist der Baum. Ja, das ist da. Das ist da. Das ist so. Ist zwar noch ein bisschen Stück, aber da komme ich, da komme ich hin. So, so jetzt. Einfach nicht anfangen zu blitzen und donnern. Weil hier bin ich auf offener Fläche. Das wäre dann sehr schlecht. Klappe. Himmel, Herrgott. Was ist jetzt gerade mit meinem Hals los? Hat der kratzt? Juckt? Immer wieder Hustenanfälle. Und das, obwohl ich zu trinken habe. Also hier. Vor mir. Ein Gebäude. Glaube ich. Irgendwo. Habe ich gehört. Okay. So. Es pisst zwar wie Sau, aber das ist nicht so wild. Aha. Ein Blümchen. Eine Blümchen. Also nicht hier die, die Musik gemacht hat, sondern wirklich eine Flower. Wo ist es denn? Hallo? Wo ist es denn? Ah, da hinten. Ach, echt jetzt. Oh mein Gott. Das gibt es doch nicht. So. So. Hier. Aha. Hier habe ich es gehört. Wo sind wir jetzt hin? Blümchen. Ist es da nach hinten jetzt? Oder wie? Oder was? Oder wo? Hallo? Nein. Ich entschuldige mich für den Fall, dass ihr es husten hört. Ich kann es nicht ändern. Gerade kann ich es nicht ändern. Aber ich habe dafür das Blümchen gefunden. Nein. 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 Jetzt regnet es hier natürlich. Es ist ja toll. Ja. Ich will dich ja gar nicht. Aha. Moment mal. Von hier. Ach so. Ach so. Direkt hier. Und also. Noch ein Crocs haben. Toll. Nachher will ich unbedingt da hoch. Ich muss wissen, was da oben so leuchtet. Ich kann nicht anders. Ich muss es einfach wissen. So. Aber wo war jetzt hier der Baum? Hier war der Baum. Was für ein Schweinewetter. Was für ein Schweinewetter schön. So. Bäumchen. Ob du willst oder nicht. Ich komme jetzt. So. Hört es jetzt auf zu regnen? Ja. Jetzt hört es auf. Gott sei Dank. Habe ich schon fotografiert. Kann ich nur noch einsammeln. So. Ja. Ich habe es doch noch geschafft. Ja. Ich habe es doch noch geschafft. Oder? Bitte. Sag mir das das. Bitte. Nein. Bitte. Komm schon. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Guck hier! Und hier noch eine! Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh! Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier. Vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Hey, guck mal hier! Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich rausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los! Ist schon! Na toll! Das ist ein Prinzessinnen-Like. Kann sich ja die Kröte selber runterwürgen. So. Also. Jetzt würde ich mal sagen, hier oben zum Turm. Da hinten. Und vom Turm aus dann direkt da hoch. Weil ich muss wissen, was da leuchtet. Ich kann nicht anders. Ich komme nicht drum rum. Ich muss nicht... Oh! Ein Kahn! Oh, ein Frosch! Eine Kröte! Noch eine Kröte! Oh! Komm her, kleine Kröte! Oh, jetzt ist er weg. Oh, toll. Hier mal gucken. Ob es hier irgendwas gibt. Ne. Das war total für die Katz. Total für die Katz. Toll. Ich glaube, ich muss dann nachher mal irgendeinen Tee trinken oder so. Aha. Willst du da Ding hin? Hallo? Und das hüpft Ding hin. Ich kann das hier im Hohen Gras nicht fotografieren. Komm her. Bleib schon stehen. Oh, was ist denn das Schönste da? Oh. Die ziehen in Süden. Und die ziehen in Norden. Wenn ich nur wüsste, wo Süden und Norden ist. Ah, Norden. Die ziehen in Norden demnach. Oder beinahe Norden. Die habe ich noch nicht fotografiert. Das holen wir direkt nach. So. Habe ich fotografiert. So. Ich kann mich jetzt aber hier nicht mit all den Insekten aufhalten. Ich muss da zum Turm. In dieser Folge noch muss ich zum Turm. Oh. Hey, Jungchen. Warte mal. Warte mal. Hey. Mein Name ist Auberk. Ich bin auf der nicht ungefährlichen Suche nach wertvollen Schätzen in dieser Gegend. Herrlich, dieses schwülstige Salz. Ich fange nochmal an. Mein Hals, der macht gerade Spiräntchen. Herrlich, diesen schwülstigen Satz immer und immer wieder aufzusagen. Möchtest du ihn nochmal hören? Nein, klang meine Stimme etwa zu durchdringend. Das tut mir leid. Als Wiedergutmachung gebe ich dir einen Schatzsuchertipp. Ich hörte von einem Wald, in dem der Herr der Wildnis lebt. Im Süden. Mehr kann ich aber wirklich nicht verraten. Hör, mein lieber Interpido. Bevor der Herr noch mehr von mir erfahren will. Ich hole dich gleich von deinem Gaul. Und wir haben schon beinahe es zum Turm geschafft. Wenn ich den noch jetzt leicht einfach erklimmen kann, dann ist ja tiptop. Es ist einfach ein riesiges Spiel. Das muss man, das muss man wirklich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Ein echt riesiges Spiel. Also klar, sie haben immer wieder gesagt. Ja, das Spiel, das wird riesig. Und ja, ich sage, ja, zing, 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 zing. Aber das ist gleich das Ausmaß an dem Wert. Boah, habe mich keiner vorgewarnt. Oh oh, der ist im Wasser. Und da sind jede Menge von diesen... Ach du Kacke. Da ist ja noch mehr als nur das Gedöns. Da hinten ist eine Gewitterwolke. Äh, Wolke. Aber nur eine. Schön, bin ich sehr froh. Das werde ich bestimmt gleich brauchen. So. So. Aua. Was ist denn Scheiß? Moment, ich muss nochmal schnell wüsterchen. An der unpassendsten Stelle natürlich. Aua. Das dachte ich schon, ich bin untergegangen. Jetzt hier nach rechts, bitte. Oh 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 oh. Ist hoch. So, schön in Deckung gehen. Ah. Hoch. 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 Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Ja. Ja, 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 ja. Ha, hier oben könnt ihr... Sag mal, spinnst du? Gib gleich einen aufs Dach. Schnell weiter hoch. Weiter hoch. Weiter hoch. Weiter hoch. Link. Oh, ich schau. Oh oh. Gewittert das? Gewittert das hier? Das gewittert hier. Kacke, kacke, kacke. Ähm. Den ausrüsten. Dann hier, was haben wir da? Das ausrüsten. Ich bin ja nicht doof. Äh, und das ausrüsten. Ah ne, ich kann doch das ausgerüstet lassen. So. Jetzt schnell, 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 schnell. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Das wird eng. Holy moly. Ach du, meine König, Achtung, meine König. Vom Blitze erschlagen. Nein, jetzt lass das doch mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war ganz schön knapp. So. Die können mir also in der Höhe folgen. Die sind also nicht nur an die Bodennähe gebunden, nein, nein, die können hier auch hoch. Das heißt dann wohl, dass ich mich so schnell wie möglich auf den Staub mache und da hinten das Dingens hier zu finden versuche. Nein, wisst schon, dieses blaue Leuchten, ich muss ins Licht. Wie eine kleine Matte muss ich ins Licht. Ich glaube, ich habe aber jetzt schon beinahe die ganze Karte ausgefüllt, also aufgedeckt. Das gucken wir uns mal schnell an. Äh, zack. Ja, Tatsache. Uns füllt noch das Gebiet hier gleich nebenan. Und oben dran. Sind das auch noch Gebiete? Mein Gebiet da. So. Die kommen schon hoch. Dann hauen wir ab. Boah, das wird aber wieder ein ganz, 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 ganz langer Weg. So. Komm schon. Oh, oh. Ich glaube, das reicht mir nicht mal, auf den hier Steinpilz hochzukommen. Na, na. Nein. Nein. Ah, toll. So. Okay, ist halt jetzt noch ein kleiner Fußmasch. Weiß nicht, ob wir es in dieser Folge noch schaffen werden, aber ich... Oh. Gebe natürlich mein Bestes. Wo ist der Pfeil hin? Ich brauche den Pfeil. Holzpfeil. Dann war hier nochmal einer. Komm, gib mir noch ein paar mehr, bitte. Oh. So, was spinnst du? Komm, kannst du mir noch ein paar mehr geben? Danke. Und dahin. Hallo? Einige verschwinden. Ich kann den wahrscheinlich nicht die ganze Zeit so auslooten, aber... Ein bisschen was habe ich schon gekriegt. Haha. Reicht für kein Hinox, aber zumindest für ein bisschen Geflügel. So. Geronimo! Ja, hat's a cup! Oh, oh. Haben die mich gesehen? Nein, die haben mich noch nicht gesehen. Lass das. Jetzt haben die mich gesehen. So, jetzt reicht's aber hier. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine schnellere, effizientere Waffe hier. Na, da haben sie sich aus dem Staub gemacht. Was zum... Oh. Ein Vettling. So. Ach du meine Güte, das wird ja auch wieder ein ganz schönes Stück, bis ich da oben bin. Aber das nehmen wir in Angriff. Danach geht's wieder weiter mit den Fotos. Fotos. Es ist einfach riesig. Es ist der Wahnsinn. Oh, ist das ein schwarzer Bockblüm? Ne, ein blauer. Den habe ich schon fotografiert. Da hinten pennt noch mehr. Okay. Gut, dass ich da jetzt nicht einfach blauäugig, leichtgläubisch und naiv hingerannt bin. So. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ah. Toll, wie soll ich denn da rüberkommen? Komm mal her. Komm mal her. So. Nein. Bleib hier. Doofes Auge. Da. Ich kann natürlich von da dann hochklettern. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Gott ist das hoch. Hi, süße. Gott ist das tief. Gott ist das weit. Oh Gott. Oh Gott. Fall ich tief. Nein, 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 nein. Na, also geht doch. Na, geht doch. Oh. So. Hopp. Hoi. So. Oh, 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 oh. Für einen Sprung reicht es noch. Häsa. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Oh, gleich. 3.25 Uhr. Ist es jetzt schon Sonnenaufgang, oder wie? Boah, da gibt es nicht viel zu schlafen in Hyrule. Um 12.00 Uhr dunkel und um halb 4.00 Uhr schon wieder hell. Sommerzeit wahrscheinlich. Hui. Schön. Das sieht immer sehr schön aus hier. Und wenn das so weiter geht, kann ich den ganzen Berg, beinahe den ganzen Berg hochrennen. Das war natürlich klar, kaum reiße ich das Maul auf, muss ich klettern. Ey, 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 ey. Na also. Geht doch. So. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist nochmal so ein Dingens. Nein, halt, ich will keinen Bombenfall. Ich will keinen Bombenfall. Normaler Pfeil sollte eigentlich genügen. Das Dingens läuft weg. Komm her, komm her, komm her. Nein, 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 nicht runter. Nein, 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 nein. Wo ist es? Nein. Jetzt ist es abgehauen. Kacke. Kacke. Oh. Okay, aber hier scheint irgendwas vor sich zu gehen. Es ist ganz schön komisch hier. Oh, krass. Okay, Leute. Wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche euch jetzt eine angenehme Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und tschau. Tschau.